Da geht's mit Episode 3. Mal gucken, zu was diese Wendungen gut sind, würde ich sagen. Hallo, kannst du mir da auch Jesus nennen? Wäre schon wichtig. Wo ist der hingegangen? Ich meine, wenn der Bruder nicht tot ist, wo war der dann? Sehr verwirrend, was da passiert ist. Dann bist du halt nicht sein Freund, weil ich bin sein Freund, deswegen nenne ich ihn Jesus. Das ist dein Bruder. Der hat mir schon auch irgendein Secret hat er auch. Na klar, einfach Krach machen. Passt. Es ist Zeit, wir müssen eine Freude fangen. Kate, du bist ein Hammer, jetzt! Oh Gott, das ist... das ist... Ja gut, der kann bestimmt noch nett sein. Das ist halt ein Military Boy, ne? Hart gestresst durch den Tod vom Vater. Ja gut, jetzt nicht mehr. Das war so süß. Du hast immer ein Lachen auf seinem Gesicht. Das ist nicht Drew mehr. Ich weiß, es sieht immer wie ihn, aber... Der Kind, du kennst, ist er weg. Alles, was bleibt, ist diese... ...kette. Ich weiß nicht, was sie nennen. Wenn sie nicht Menschen sind, wenn sie nur die Todes sind. Die Todes. Das ist das, was wir nennen. Ich dachte, wir werden sterben. Ich dachte, Gabe und Mariana, wir werden nur wundern, und wir würden einfach weg sein. Ich bin hier, okay? Ich bin hier. Du bist hier, wir sind noch live. Das ist das, was wichtig. Kannst du zurückgehen? Ich glaube, man spielt das eher so alles aus seiner Sicht. Und Clementine ist halt nur so ein Bestandteil davon, ne? Hat den Leuten wohl nicht gefallen. Aber wo ist der hingefahren? Das ist ja die Frage. Ich bin hier. Ja, aber macht sie sich denn wirklich so krass an ihn ran? Eigentlich ja nicht. Er hat sie geküsst. Gut, sie hat zurückgeküsst. Sie haben sich beide geküsst. Aber wo ist der drei Monate hin? Urlaub oder was? Wir haben ihn so lange, wie wir können, aber wir müssen nachdenken. Das ist wirklich das, was ihr denkt? Ich bin sorry, Gabe, aber Javi ist richtig. Wie geht's, wenn Sie gehen und ich hier bleibe? Du bist ein Kind. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Ich kann mich selbst ausführen. Wenn ich eine Hilfe brauche, werde ich nur fragen, meine Freunde. Welche Freunde? Ich sehe mal davon aus, er war eine Weile weg. Er kam bestimmt irgendwann wieder und die waren nicht mehr da. Aber wann? Drei Monate ist schon heftig, ne? Wenn man Frauen und Kinder da hat. Warum ist das so weirrt? Uncle Javi? Nichts ist falsch mit ihr. Sie ist nur ein bisschen schockt. Das ist alles. Wir können nicht lieben, Javi. Er braucht es, zu wissen. Willst du mir nur sagen, was passiert? Dein Freund, Drew, von der Straße? Er... Er hat es nicht gemacht. Er hat sich in einer von ihnen geworden. So you understand why, don't you? Why we have to leave? If that happened to you, I couldn't bear it. When do we have to go? Tomorrow. As soon as it's daylight. I want to leave him a note. I'll help you get started. Okay? What are we going to tell him? I want to say something good. Something that won't make him sad. Tell him, we'll find him. Somehow. We're all going to see each other again. I like that. I'm going to write it right now. So we don't forget. Of course. I'll help him. Thank you. Really. Das lassen die jetzt für den David da, oder was? Hm. Dann war der vielleicht doch nicht mehr da? Keine Ahnung. Hm. I don't know where, but Kate says, we're not safe here. We're going to find you somehow. Okay. Also dann, wenn der doch da gewesen wäre, er hätte doch versucht, die zu finden, oder nicht? Also hätte ich versucht. Keine Ahnung wie, aber... Alles sehr merkwürdig. Achso, und der, der offen ist, den kriege ich ja vielleicht noch, aber anscheinend nicht. Ich komme mal die Tür zu. Und geht los jetzt. Und dann geht's. Und dann geht's. Dad? Ich habe noch eine lange Zeit geklärt. Keine guten Glückwunsch. Ich wusste, dass du immer noch bist. Ich wusste das. Hey, die Hörger sind. Das ist meine Familie. Du musst uns in. Kate hat nicht mehr Zeit. Kate! David? Ich bin hier, ich bin hier. Was ist passiert? Ich bin hier. Wir haben die Hörger. Wir brauchen deine Doktor. Jetzt, David. Was ist sie auf dem Boden? Sie hat kaum ein Puls. Sie ist wie ein Eis. Wie soll sie sie hier weg? Er hat gesagt, wir müssen sie schlafen. Ich kann sie nicht halten. Was hast du versucht, Max? Sie sind außerhalb, David. Das ist das, was wir machen mit allen. Sie kommt in. Aber sie hat nicht gecheckt. Das ist meine Frau. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich bin ehrlich. Sie geht zum Krankenhaus. Jetzt. Unsere Doktor wird dir helfen. Ich werde sicher sein. Ich werde sicher sein. Ich werde mit dir helfen. Ich werde mit dir helfen. Entschuldigung, aber die resten Sie müssen direkt nach Quarantinien. Was für? All newcomers get checked for Bites. Und sie müssen alle ein paar Fragen stellen. Unsere Doktor wird die beiden. Aber die resten Sie müssen mit mir nach Quarantinien. Wenn Kate geht zum Krankenhaus, dann bin ich. Noch nicht. Noch nicht. Na gut. Das ist eine vier Vorsichtsmaßnahmen. Aber er darf mit oder was? Bei dem Jungen ist scheißegal. Der könnte ja auch gebissen worden sein. Mal gucken. Was dabei rumkommt. Drei. 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 Drei! Drei! Elinor! Drei! Wir haben den Auto ohne dich in dir. Ich wusste nichts, was ich mir sagt. Der Motor wurde normal. Ich kam hier zum Beispiel für Hilfe. Und... dieses... acontecer. Ich bin wirklich moundkratiert über Kate. Ich sagte ihnen, sie braucht eine Doktor. Sie hat mir gesagt, jemand wird in die Zeit. Bitte, erzähl mir, sie hat sie gefunden. Du denkst, diese Leute würden sie schicken? Über ein paar Schwanzer sterben in der Straße? Ich... Ich weiß nicht, Javi. Sie wussten, sie sterben. Well, zumindest die Arschlösen wussten, sie brauchte ein Krankenhaus, als sie sie sehen. Ich bin sorry, Javi. Wirklich, aber ich hatte keinen Grund, nicht zu glauben. Was? Die Leute hier in Richmond, sie sind die neue Frontier. Oh mein Gott. Oh, du hast noch nicht gehört, die schlimmste Sache. Ein von ihnen ist seine Brüder. Ich wusste nicht, dass du einen Brüder hatte, Javi. Hey, niemand ist mehr überrascht als ich. Ich dachte, der Mann war tot. Wir haben nicht gesehen, David, in Jahren. Es war nur ich, Kate und die Kinder das ganze Zeit. Ich will nicht überhaupt denken, was die Wahrscheinlichkeit sind. Aber er war ziemlich verrückt, dass du dich sehen kannst. Wer dieser Mann ist, kann er nicht alles schlecht sein, richtig? Ich meine, du hast Kate, stattdessen zu holen, sie hier hervorheben. Natürlich hat er sie in die Seite gebracht. Sie ist seine verrückte Frau. Du bist verrückt. Sie hat das ja gesehen, ne? Sie ist mit deinem Bruder? Die Art du zwei activen, um sich zu tun. David war weg. Ich hatte zu kommen, um die Familie zu sein, um die Familie zu sein. Es ist nicht so, dass ich nur sie weggekommen. Von allen von ihnen. Nein. Natürlich nicht. Interessiert Frag den nochmal wo der herkommt Mein Gott Den interessierten jetzt seinen Bruder Ich will über Jesus bescheiden Welche Leute sucht Ja Wenn er nur versucht, zu bezahlen zu bekommen Was wurde stolen Es ist möglich Was war er als wenn du wusste Ihr seid zusammen Er war glücklich Hey Infiltration Hey I would have been here sooner But I had to take care of Something Uh huh Uh huh Uh huh Come on already Kate's asking for you Maybe you think it's okay to keep a lady waiting Lead the way Gladly Looks like the rules don't apply to everyone huh That's right Some people get out of here early Others stay a long fucking time Trip Trip Just drop it Okay Smart cookie This one Javi Just go I'll be back as soon as I can You know that Thanks Ja Ja bei Trip Dachte man erst Ach komischer Dude Aber der ist eigentlich echt korrekt so Aber bei David denkt man sofort Das ist ein Arschloch Vielleicht musste er auch so werden Keine Ahnung Wir werden es wohl herausfinden I guess Go along with them for now That doesn't sound good We have a process Our own way of doing things Your guys better not have a problem with that Things don't go well for troublemakers here I hope that's clear David you threw us in a cell Don't expect us to smile about it We do that to protect our people It's not personal You sure about that Come on Javi gucken mal was hier so abgeht Ne Where are we going Kate asked for you I thought you'd want to check on her Listen Javi Gabe He told me some pretty messed up things Things I need your help Wrapping my head around He shouldn't have done that I wanted to tell you myself Bad news is bad news Who cares who delivers it He told me you lost Mariana Just a few days ago I'm sorry David She's She's gone It's strange grieving for the same person twice Like losing something you didn't know you had What was she like Javi? She was so little when we got separated Who did my little girl become? Mariana saw things that other people didn't She told me she wanted to write down her memories To keep them alive after she was gone Sounds like her Always was a dreamer How How did she die? Ja nun Tell me how happened Please I need to know She was just standing there Minding her own business She just found her lost headphones in the dirt She was smiling And then someone put a bullet in her head What kind of animal would just open fire on her like that Tja nun An animal with your mark My people aren't in the habit of killing little girls Oh doch David, I was there They shot Kate too Ask your buddy at the gate if you don't believe me Max was a part of this Fuck Geh mal stark davon aus, dass sich hier irgendwie so ne Bildergruppe gesplittet hat Exactly what happened Everything you remember They ambushed us in a junkyard Just unloaded on us They chased us back to this town, Prescott Their leader flooded it with walkers and tear gas Leader? A crazy bald guy with a beard Badger What the fuck have you done now? I'm gonna handle that stupid son of a bitch, okay? Do me a favor Keep this to yourself The politics here They can get messy I thought you were the boss There's four of us that run, Richmond You need to impress the other three Or you'll be back on the road by morning Well, you'll be back on the road by morning Well, maybe not so bad Try to stir things up You and your friends could have a very short stay Fuck that They'll have to drag me out, feet first Cut that shit out Well, that'll be exactly what happens I run security here But it's not like my word is law This shit with Badger doesn't make things any easier Who's the fresh meat? Ava, it's my brother, Javi The baseball brother? No shit What are the chances of you turning up on the doorstep? Baseball's long gone Just regular old survivor brother now From what I hear There's nothing regular about you Ava's my right hand Ava's my right hand Ava's my right hand There's anyone you can trust in Richmond It's her That woman A fucking soldier She was the first person I met up with After you and me got separated I never would have made it without her That's why he's also a soldier Gabe said You went back to the house At the start I'm sorry I never found you Hey, that's a fucking house Wo soll that schon sein? We waited for you For three months Eventually the house was overrun And we had to move Why didn't you come back? Mama and I got routed out of the city On the way to the hospital It wasn't long before she Come on I couldn't get back into Baltimore So I hooked up with my old unit We thought we could build a safe zone outside DC After what happened to Mama And everyone else I thought you were all dead But you were taken care of them Nicht mal geguckt? Really? Somehow you found a way I'm not gonna lie I never thought you had it in you The day Dad died I promised I'd stick around Be there for the family Oh Okay, my word Nicht mal geguckt, ob die noch leben Auch krass Jetzt bin ich mal gespannt, Alter Also wenn hier vier Leute herrschen, dann Ja, mal schauen Hey Hey, kid Got everything you need? Uh, yeah This place is like a resort Check it out, Javi Noodles in a cup We need to get you some real food Stat Turn you into a soldier Javi I'm glad you're okay Get off me I'm a lot better seeing you Damn, it's good to have you back Look at this family Look at my wife Isn't she the most beautiful woman alive? Come on With the lights off You could mistake me for a walker You're a lucky man, David We're all lucky Ah, Mensch War schon klar Irgendwie I'm scared, Javi More than I was The whole time on the road Even when I thought I was going to die Everything inside me screams to get away from here Uh-huh These people are killers And David? Yeah, I know what you mean This place gives me the creeps I'm glad to hear that I was afraid you'd been won over by the security here It's always been you and me on the road, Javi That's how we've made it this far Please Promise me we'll go back to that The first chance we get This place It's a cage We can't let ourselves get locked in I'll find a way, Kate You have my word Rest up You're gonna need your strength Thanks I feel better Knowing we're in this together But please hurry I... I don't want to be left alone here Feeling better? How you doing, sweetheart? David reported some pain I love you, come on Let's hear it on me Don't smell it on me It just comes and goes She was rambling a bit I think she's delirious Well, she seems cogent now But it's nothing to be alarmed about Pain often comes in waves with abdominal wounds I'll give you something to take the edge off In case it comes back Truly superlative work I thought I'd have to operate But all she needed was IV fluids and some antibiotics How did you find someone with skills like these? Wound like this kills 9 out of 10 Whoever did this really knows their stuff That would be Eleanor One of my friends you threw in quarantine Well, she's no use to anyone there We should let her out I'll vouch for her Agreed I'll have Ava bring her here I want to meet this Eleanor I'm sure she'll be an asset to our community You can vouch for the rest of them too, right? It doesn't work that way But we'll make the case for them soon Javi and I have to go meet some people now See if we can't brew, he's worth the damn We're gonna take real good carry Okay? Send my apologies, David I won't be able to make it Feeling okay? Fine I just want to keep an eye on my patient The others know my vote is with you Come on Ist ja auch einer von den Bossen, oder was? Remember what I said When we meet these guys Keep what happened to Mariana to yourself Badger is one of my guys And I will handle him Hm Ich glaube, die werden nicht ewig da bleiben Ich denke, wir werden auch noch erfahren, was mit Clementine passiert ist It may look pretty But it's all sugars There's no substance It tastes pretty, Clint That's all that matters Ah The brother Javi Meet the guys Clint runs food production The crops you saw, that's him and his people Jones, our bridge to the outside world She handles contact with other settlements Pleased to meet you, Javi I trust you've been treated well I hope you haven't been handled too roughly Some of our people left their courtesy with their old lives No complaints here I get that you guys have a way of doing things Thank you We have to be careful I'm sure you can understand We were just about to eat Clint was trying to convince me of the essential superiority of his cream spinach Over my magnificent Black Forest Gâteau It's no contest The spinach has real nutritional value Javi Take a look at that table You tell me what you'd rather put in your belly Spinach from Clint's garden Or a baked delicacy by yours truly I'd have to go with that cake I haven't seen anything like that in years Suit yourself Come on, Clint At least he's being honest Please make yourself comfortable Jetzt nicht den Kuchen Aber Kuchen wäre schon geil We have all you straight talk here So please Forgive me if I seem direct We're usually pretty strict about who we open our doors to Your brothers word counts for a lot Is that so? The three of us And Dr. Lingard Make all the decisions here So, yeah People who choose to stay with us They have to deal with us bossing them around Not saying you wouldn't But it can be an adjustment Especially for more independent minded There's no structure out there now People get used to doing as they please I always do what I'm told I don't know what I'm wrong You're gonna fit in well, Javi I can see that already When Joan and I met your brother He was trying his hand at fruit Fruit We found him slowly murdering an orchard On the Shenandoah River Hottie fucking, huh? I helped him bring it back to life We had a good run there For as long as it lasted What happened? What always happens We trusted the wrong damn people That's what led us to start this Wondering what this fine piece of body art is all about? It's our litmus test for loyalty I've seen that mark a few times You probably saw it at the gates Right, Javi? We all took it as a sign of commitment It was a crude answer to a difficult problem And it hasn't always worked Please understand We had a terrible winter just after we moved here We... We lost a great deal Loved ones who left holes in our lives Protecting my people from that kind of pain That's what keeps me awake at night It turned me into a perpetual night owl I know it's a lot to ask I know how you feel Seeing the people I care about suffer It... It's a terrible feeling I just want to shield them from it all It's a noble aim One worth fighting for Max? What are you doing here? I sent for him Since when does he answer to you? From what I hear He's well acquainted with your brother They exchanged a few bullets outside our walls Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out I want to hear that from Javi Let's just say I wouldn't invite him to my wedding Yeah, I wouldn't fucking go Good Because I just said you wouldn't be invited Max, how did this start? Don't look at him You have an obligation to tell the truth Jetzt bin ich mal gespannt We caught him siphoning gas from one of our vehicles Max Sorry, David I know his family But your brother's a thief Is it true? Answer her I was scavenging whatever I could find I had no idea belong to you If you just asked We'd have given it to you Na klar Es war niemand da, ey That's not all Rufus said Clementine ran his truck off the road Just to break him free Clementine? Girl we had trouble with in the past You can always judge a man by the company he keeps Running with that girl don't look good What's your problem with Clementine? You got a lot of hate for a teenage girl We kicked her out for a reason Now you two are thick as thieves This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits We're trying to build something different here Something resembling civilization Everything I did out there Was to protect my people That's more than I can say for you I'm not sure what you mean Javi? You have something to say? Fast off One of your people Some asshole called Badger He put a bullet in a little girl My niece David's daughter What? Dammit, Javi I told you I'd handle it No, David This cousin fucking dirtbag Has the balls to accuse me? He and Badger destroyed an entire town That's enough No We need to hear this Go on, Javi Sounds like you've got more to get off your chest They overran Prescott with walkers Ran them in on trucks Badger did that Not me You were right there next to him I tried to get him to stop I swear David, we warned you about getting your soldiers in line We don't know all the facts We know enough She's right, David You've lost control I want them gone All of them Take Javi and everyone in the quarantine to the gate Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more Look, we can't fight this Not now Kate and Gabe will be safe here Your doctor friend too But the rest of you You're gonna have to do what they say I'm sorry This is ridiculous You have to do something I, I can't right now But maybe I can down the road Just stay alive Okay Ah, vielleicht wäre das erst so okay gewesen Keine Ahnung Man weiß auch immer nicht, was die sagen, so, ne? Ist doch auch schwierig Man hätte doch sagen können, dass sie diese Francine getötet haben You're lucky I don't gouge your fucking eyes out with my thumbs You hear me, asshole? David packed this He did They said Start walking What about Eleanor? Walk Eat shit Answer my fucking question God damn it, Javi This isn't her fault, Trip You're mad at the wrong person Do not fuck this up There's a settlement a few miles west of here Don't come back Gut, dass sie schneller zu Ende Diese Odyssee als man dachte Did you piss in someone's oatmeal back there? Thought you were gonna play along We trusted you Look, we're not dead That's something, okay Huh, not yet anyway Let's just see what they gave us Knowing them, it's probably a butter knife and a stick of gum They could have just shot us More than once Oh, how fucking neighborly Ja, fun Okay, and where for the card Looks like they're expanding Some of these areas are marked clear Okay There's Richmond That helps But we can't go back there Knowing where it is lets us know where we are Pretty sure David wants us to go there And if this is us here Then I think we can head along this path Just gotta head north And to find north We need to find the north star Wie, wie soll ich das wissen? Wo ist denn der Nordstern, Alter? Ist der nicht Am Ende von irgendwas? We don't know Really? Das sagt er einfach so Der im Kompass genommen Not a whole lot Flashlight Not enough weapons No food Let's go Aber ist das jetzt wirklich Norden? Weiß ich doch nicht What's up I can't lose anyone else I'm telling you I can't Prescott Conrad Maybe Eleanor You won't lose anyone else I won't let that happen I'm gonna hold you to that hobby Sorry, man Rough day Say the least I know You got my back And I got yours Of course I mean, die werden sie nicht töten Sie ist ein Herz Von daher Das ist dann sowas In so einer Gesellschaft schon sehr wichtig Okay, ich gehe auch mal stark davon aus Dass wir irgendwie Wieder auf Clementine treffen I got to tell you, man I thought You and Kate were You know I wouldn't have guessed She was married to Not you I ain't judging Mind you I'm just Curious What's the story Ain't my business I know But What have we got to lose out here I Hey, man It's alright Go for it I do have feelings for Maybe I shouldn't But That doesn't just make them go away No harm in saying it Hell Only real harms In not saying it When you should It's always a mess Ain't it What's that? Who you love Who loves you If they're One and the same Or otherwise You know what I mean? Yeah, you're right Goddamn mess And it never quite Washes out I know Eleanor told you That she and I Were Whatever we were But That's over now I respect her wishes I really do I just wish my heart Respected mine I know tuo us Leider nie Jesus got his eye on something What you got for us man Listen Tell me that isn't what I think it is About a quarter mile Out Heading the same way we are Or we could hit walkers any second We better scoop wie laut dass das schlimm ist das das ist aber der hacker die unkürze waffe sowas ist nicht so geil aber wenn der baseball spieler war anscheinend damit wir umgehen 1 auf die zwölf die anderen gehen einfach oder was jetzt schießt ok was steckt jetzt dahinter ganz ehrlich we're even now david that assholes still around this is gonna sound really weird but he's my brother what wait this place we're going david sent you there it's supposed to be safe clem you can't trust him hobby i learned that the hard way i never wanted to need people again but i had nowhere else to go the new frontier gave me this and made me one of them they promised they'd help him that turned out to be a lie jetzt werden wir es wo da fahren we're gonna get you the medicine you need we're going to need a.j.j. i don't care what they say just like that little guy just like that little guy right we're going to have to be a shot hope i don't have to use that that's all so so aber was hat er denn was hat er denn was hat er denn i i really did this will help him get better nothing can help your boy now clem put the drugs back before anyone finds out you took them you know what they do to thieves here i have to try come on goofball i need you to be brave for me now okay see it's not so bad shh what the hell is this i told her it was a bad idea you fucking high again pull yourself together before the others see you deal with the damn kid what the fuck were you thinking you were told those drugs couldn't help him how could you be so stupid so selfish i have nothing left to lose aj was gonna die if i didn't he's gonna die anyway that waste that'll cost someone's life down the road someone in this camp someone who contributes to our survival come on david she was just trying to help her kid we helped enough we should have left him out in the woods a week ago but look it's helping it doesn't work that way clem you bought him a peaceful moment nothing more i wish i could tell you it would save him but that's the reality that's more than you did any of you that's not fair you ungrateful little shit we opened our arms to you made you one of us this is how you repay us by stealing by putting yourself before the group you're done here you broke our rules clem violated our trust there's no place for you in the new frontier you know what fuck you and fuck the new frontier you already did that's why you have to go maybe we should give her another chance don't fight me on this paul you know what joan would say if she were here i'm sorry clem you brought this on yourself come on aj we don't need this place anyway uh-uh he stays can't take him with you that ship has sailed get out of my fucking way right now clem he's in no condition to travel let him go clem he'll only drag you down out there nooo you monsters what about this what was it all for don't forget i'm one of you not anymore let her say goodbye we owe her that much least fine you heard her say what you need to say then you go please don't make me regret this ich würde gerne das machen aber das ist glaube ich wichtiger ich liebe dich goofball ich liebe dich come on clem come on clem aber wo ist der jetzt i thought aj would be the one finally the one what the one who didn't die at least aj had you while he could even if it was only for a little bit my little goofball i survived he didn't that's that's just the way it goes sometimes this is what david circled on the map our smelly friends are back aber ich dachte er ist eh nicht bestorben er lebt noch eben weil sie ihn wird gegeben ja keine ahnung ob denn david herkommt oder wenn er uns das markiert hat man wird es wohl sehen if too many of them push against this it might give gotta find a way in here they come fuck i can raise it a little bit i don't know something's wrong with it jammed or some shit maybe we can force it open we're gonna have to für eintreten lauschen nee oh man this thing ain't as strong as we thought hurry it up das ist ja müssen wir noch beeilen wo 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 vielleicht kann man über das auto irgendwo ein fenster oder so da sitzt jemand drin na gut sorry wollte nicht sterben ähm was soll ich tun noch keine ahnung oder noch irgendwas was einer von denen hey gibt's hier ein fenster irgendwas ist nie oh bekomme ich habe keine ahnung der in die Stimme aber da könnten die doch locker durch oder nicht? ja, wer geht, ne? ach, er bleibt draußen hm, mal gucken ja gut, wie denn? das funktioniert so nicht je nachdem wie schwer das Tor ist ach, hoffentlich der Tor wird ihn jetzt bin ich aber gespannt David! nicht auf dich, dass diesen schritten Babykiller in nicht mir das machen Nun, das könnte interessant werden, wenn die jetzt nicht abhaut. Sie sind in der Kommen. Sie sind in der Ich glaube, wie Sie das tun können, Clem? Gott, was wäre es Marianna oder Gabe? Was hat sie gesagt? Sie hat sie gelegt, um zu sterben. Nein, wir haben sie rausgebracht. Eine kleine Frau, allein in der da. Sie denken, dass Marianna das so gut hat? Wir hatten die Regeln. Clem sie verraten. Ich hätte das gleiche gemacht, mit jeder. Sie wusste, was passieren würde. Sie fühlen sich nicht. Für jemanden, oder? Du hast die Regeln für Kate und Gabe verabschiedet. Und ich verabschiede die Ergebnisse. Nicht wie sie. Er hat es zu verletzt? Bitte. Ich muss es wissen. Nein. Ich würde ihn nicht verletzen. Aber ich hatte keine Angst. Er hat Leben, Clem. Er hat Leben. Aber wie? Er ist sterben, Clem sagte das. AJ zurückgekehrt. Er war stärker als wir denken. Er war ein Geheimnis. Du bist lieb. Ich weiß nicht, Clem. Ich glaube, er wird das nicht lieb. Ich glaube, er wird das nicht lieb. Du wissen ihn nicht wie ich ihn. Clementine. Bitte, ich sage die Wahrheit. Wo ist? Wo ist AJ jetzt? Ich weiß nicht sicher. Aber er ist in Richmond. Dr. Lingard hat das Mann geholfen. Er weiß, wie ihn finden. Dann gehe ich zurück. Wir gehen niemanden, bis die Schrauben offen sind. Ja, doch gut, dass wir die Tür geöffnet haben. Was ist dein Plan, David? Wir befinden uns ein Fahrzeug in diesem Weg. Provisionen. Ich bin, um dich zu holen. Und? Und sagen, tschüss. Ich will keine Angst, Kate und Gabe. Ich will keine Angst, Kate und Gabe. Ich werde mich auf meine Familie von jetzt auf. Sie werden sicher mit mir. Das ist nicht passiert, David. Sie sind meine Familie, so viel wie deine. Ist das, was du denkst? Das letzte Mal habe ich checkt. Kate war meine Frau. Und Gabe war mein Sohn. Shit. Besser Charakter im Spiel. Ach so. Ich dachte, ich muss gut rücken. Der Dropkick ist immer das Beste. Woher hast du das gefunden? Wo hast du das gefunden? Show me. Äh, warum? Das geht. Mhm. Your people looted this stuff from Prescott, David. Come on, we can't know that. Who else knew about this place? Your outfit is the only one that gutted my town. This is bigger than just Prescott. They're spoils from other towns here, too. Towns I heard got raided a while back. There's stuff here from the Kingdom? Oh. That's probably some of them. I'd do that little bitch again just to see her head pop. You sure as hell are stupid, ain't you? You're only just realizing that now? I told you. Joan is on the warpath. Last thing we need is people getting wind of all this stuff. Look at all this shit. We're frickin' rolling in it. I'll give you that. Just glad we found some more smokes. That shit is the new gold. Shane, you can't take it with you. David? I thought better of you, Max. I really did. David, come on, man. We're a unit. There's no need for it. Stop him. He's getting away. Go. Get Badger. Hey, also, ihr habt doch schon Waffen in der Hand. Und schießt doch auch. Tja, halten sich wohl manche nicht an hier regeln, würde ich sagen. Und schießt doch jetzt reineln. No, 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 no ... Wenn walk back now. No, no, no. I've only ever found you why. Doll aquilo, do I have to prison. ich glaube das wusste wohl irgendjemand nicht dass die so eine scheiße machen I guess Oh, ich hätte gedacht, nee, lass es. Das ist genug, Mann, er ist weg. Ja, einmal geht noch. Ich glaube, jetzt bleibt. Ich fühle mich besser. Er ist all yours. Stop. Please. Raiding, looting. Du schraubst, wie wir sind. Du schraubst, Richmond. Komm schon, David. Das ist Richmond. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen, Max. Das Beste, was du tun kannst, ist, Dinge richtig machen. Wir haben es nicht gemacht, ohne Unterstützung innerhalb von Richmond. Aber Joan war in das. Wir haben es auf ihren Orten gemacht. Sie sagte, wir mussten es überleben. Ich wollte sie in, aber sie sagte mir, du würdest es nie gehen. Deswegen sollten sie wahrscheinlich auch gehen, damit sie ihre Fresse halten, dass nichts rauskommt. Ich werde euch helfen. Ich werde euch allen in Richmond erzählen. Ich werde euch helfen, dass sie zurück in die Seite kommen. Es schraubt sie zu den anderen. Vielleicht wird er sinnvoll sein. Danke. 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 Ja, vielleicht. Könnte man da Nutzen draus ziehen. Na gut, vielleicht ist David Hart, aber kein Arschloch. Wer weiß, Alter. Vielleicht nur ein kleines Arschloch, kein großes. Wer ist Lonnie? Er hat uns den Schliff gegeben. Hight-tailed ihn zurück nach Richmond. Sonnig. Wenn er bemerkt, Joan... Wasn't there noch eine? Oh. Was? Es sind gute Erfahrungen. Der Sonnig, der Mariana matierte. Das machte dich besser? Ich würde mich nicht schmerzen, wenn ich dich wäre. Vielleicht schmerz ich sie für dein Bruder. Ich dachte, es würde, bei der Zeit. Jetzt? 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 Ich bin nicht so sicher. Hör auf zu diesem Wissen. Das bedeutet, dass du immer ein Mensch bist. Wenn er stärker war, dann wäre er immer noch lebend. Er war nicht, also er ist nicht. Das ist das. Manchmal gibt es keinen anderen Weg, wie es richtig ist. Mein Freund hat eine Crowbar zu jemandem. Meine Leute müssen wissen, was wir hier gefunden haben. Was für deine missingen Freunde? Ich bin überrascht, dass du dich interessierst. Das Menschenleben ist nicht genau so hoch auf deinem Liste der Prioritäten. Ich habe nicht Zeit, um zu schauen. Sie wollen mich nach Hause und ihnen warnen. Das ist das, was ich mache. Du bist sicher, dass du nicht bleiben? Wir brauchen deine Hilfe. Und so sind andere. Ich werde dich nicht vergessen. Du hast meine Worte. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ich sehe nicht, wie du es wirst. Ich sehe nicht, wie du es wirst. Ein Schritt für ein Schritt. Ich habe mich nicht gehört, wie du es wirst. Ich habe mich nicht gehört, wie du es wirst. Ich habe mich nicht gehört. Wir beide machen. Wir alle machen. Wir alle machen. Ich muss rauskommen. Ich muss Elinor aus dem Weg. Wenn sie sicher ist, wenn ich... Ich werde ihnen sagen, wie ich fühle. Hey, wenn die Schuss nicht rauskommt, dann muss ich den Kopf tief kommen. Wir werden die Alliere in Richmond brauchen. Lingard und Clint, sie sind unser bester Weg. Wenn ich sie zu Hause kommen kann, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß, dass ich bereit war, zu sagen, vorhin zu sagen. Aber ich kann das ohne dich. Kann ich auf dich machen? Ich werde das nicht selbst ausziehen. Natürlich, David. Du bist mein Bruder. Ich habe das nie gehört. Auch wenn du das gemacht hast. Ich bin glücklich, dass du das hörst. Javi. Du und ich. Wir sollten sprechen, wenn das fertig ist. Wenn Lonnie die Alarm eröffnet, dann werden wir uns auf den Garten warten. Es gibt einen Weg nach hinten, der uns umgekehrt wird. Wir können Badgers' Auto nehmen. Ich habe keine Angst. Komm her. Wir müssen auf den Weg gehen. Heard hat es zu Ende. Ich meine, Raiden jetzt nur die Stadt, oder was? Ich würde sagen. Und dann. Let's go. Würde ich sagen. Ich denke, das wird besser sein, wenn wir uns verletzieren. Eine große Gruppe, das großartig kann nicht genau sein. Besonders wenn sie uns erwartet. Elinor ist in da irgendwoher. Ich gehe nach ihr. Lingard hat sie in der Klinik. Das ist dein Bestes Bede. Javi, das ist wo du gehst, um Kate und Gabe zu holen. Dann bringe sie in meinem Haus. Das ist das mit den Raven auf der Hitching Post. Wir werden alle dort treffen. Nachdem ich eine kleine Besuche mit Joan. Bleib aus. Bleib aus. Sie werden einen Augenblick für uns behalten. Als nächstes ich Kate und Gabe zu holen, dann sehen wir dich zurück in der Haus. Dann. Dann. Wo ist das mit Clementine? Aber ich würde noch nicht bemerken. Ich bin mit dir, Clem. Er hat mich falsch gemacht. Als nächstes ich Kate und Gabe getrenne, dann werde ich herausfinden, was für uns ist. Ich hoffe, dass es sich weit entfernt. Das einzige, was wichtig ist, ist, dass ich lebend bin. Ich sehe dich, wenn ich dich sehe. Ich bin schon mal gespannt, mit was für den Cliffhanger die hier enden wollen. Weil der Weg in die Stadt hätte eigentlich schon der Cliffhanger sein können. Wir gehen in, wir gehen in, wir gehen in, wir gehen Kate und Gabe, wir gehen in. Was für unsere Freunde da? Es sieht nicht genau wie ein Willkommenskommittes. Alles klar. Wir sitzen hier für ein bisschen. Der Schmerz. Verdammt. Wir brauchen eine Distraktion. Wie ist dein Arm? Ja, am besten dahin, oder? Das andere wird zu einer bei uns drangehöhlen. Aha. Wäre vielleicht auch gegangen. Keine Ahnung. was sause ja noch find out tell her we have to move Kate you got it I'll meet you here Javi! Wir haben gedacht, dass du... Ich war... Ich war sehr Angst. Sie sind okay? Sie haben dich nicht verletzt, haben sie? Nein, wir sind okay. Sie sagten, dass du dich verletzt wurden. Das stimmt. Wir sind auf Zeit verletzt. Die Leute, die in diesem Ort gehören, sind wir nicht verletzt. Wir müssen gehen. Wo ist mein Vater? Er kommt? Keine Angst, buddy. Wir werden ihn mit ihm treffen. Entschuldigung? David hat ein Haus in der Stadt. Er denkt, dass wir da gut sind. Dann gehen wir! Warte, Javi? Während du weg bist, diese Frau, Joan, kam bei. Ich fühlte mich, dass sie mich verletzt hat. Es war schrecklich. Sie verletzte, dass David in der Probleme war. Wie er noch nicht in der Lage war. Sie hat immer gesagt, dass ich Gabe und ich keine Angst haben. Aber es hat mich nur mehr Angst gemacht. Joan ist ein Schroeder. Sie können nicht glauben, was sie sagt. Das macht mich nicht genau an. Es muss mich nicht. Die Schrauben, die dich verletzten, antworten zu ihr. Sie verletzten, was sie verletzten. Sie verletzten, was sie verletzten. Wir haben alle diese Sachen von Prescott. Sie war hinter Prescott? David ist auf die Schrauben. Sie sind auf die Schrauben, um sie zu verletzten. Javi, ich weiß, dass du das schon wissen. Das ist nicht unsere Kampf. Wir haben bereits verloren, Mari, wegen dieser Leute. Jetzt, das ganze Ort wird sich um eine Wurzene zu werden. Das nur, was ich für mich interessieren, ist, dass du sicher bist. Dann wirst du wissen, wir können nicht involvieren. Was ist passiert? Tripp sagte, wir hätten ihn nicht in Davids Haus. Wir machen das nicht. Wir werden die Schrauben aus Richmond, bevor es zu late ist. Gehen raus? Du solltest nicht sogar aufstehen. Was? Was ist mein Vater? Wir können ihn einfach nicht verlassen. Gabe. Wir wissen nicht mehr, wer er ist. Wir müssen weggehen, bevor er uns alle getötet wird. Aber... Er will nicht wissen, wo wir sind. Alter, ganz ehrlich. Wir haben ja ihm versprochen, dass wir abhauen. Ich bin sorry, Gabe. Aber wir müssen weggehen. Wenn wir weggehen, muss ich ein paar Sachen für die Straße bekommen. Alle meine Sachen haben in der Runde gegeben. Vielleicht ist er okay. Vielleicht auch nicht. Ich komme mit dir. Wir haben dich mit euch. Das klingt gut. Das klingt gut. Gabe, komm her. Ich habe es. Ich weiß nicht, ob er einfach mitkommt. Oder ob er hier bleibt. Ich gehe nicht, Javi. Wir können ihn nicht sehen. Ich werde meinen Vater finden. Ich habe es. Ich habe es. Ich bin sorry. Gabe. Bitte nicht. Ich bin sorry. Ich liebe dich, Javi. Ich liebe dich, Javi. Aber das ist etwas, was ich tun muss. Gabe. Nein. Kate? Nein. Bitte, Gabe. Bitte. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein könnte. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein könnte. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Mutter sein könnte. Bis zum nächsten Mal, dass ich dich und deine Freundin kennengelernt habe. Ich versuchte dich. Don't mach das. Das ist mein Vater, Kate. Ich kann ihn nicht wieder verlieren. Und ich kann ihn nicht verlieren. Ich kann dich nicht verlieren. Kate, wir müssen gehen. Jetzt. Schau mich, Gabe. Bitte. Hm. Na gut, dann bleibt er halt hier. Kannst du nichts machen. Oh, die soll mal zu Ende sein. Ich muss auf die Toilette. Es ist sein Vater, Gabe. Es ist, was er will. Und das ist, was du willst. Was wir wollen. Wir sind so nah, in den letzten paar Jahren. Ich... Ich dachte, Gabe würde gerne bleiben mit uns. Ich sehe ihn wirklich als meine Kindheit. Ich denke, er fühlt sich nicht die gleiche. Er ist schnell geworden, Kate. Wir müssen ihn vertrauen, um ihn zu machen. Ich weiß. Ich weiß. Es ist einfach schwer zu sagen. Ich würde gerne bleiben. Ich würde es da halten, Leute. Und ich würde mich erklären, euch selbst zu erklären. Ich würde schnell sprechen, schnell und sicher. Ich würde mal ein bisschen auf jeden Fall zeigen. Das ist er, oder? Der Bruder? Ich dachte so. Bring ihn in. Die stirbt Save jetzt. Kate! Run! Ich liebe deine Tatsache, David. Wenn das über dein Bruder geht... Keine Ahnung, wie du nicht wissen, was das ist. Du hast viel zu antworten. Ich? Du musst dich schlafen. Was ist das? Sie versuchen zu verlassen. Er und seine Freundin. Leer? Ich versuchte dich, dass Kate und Gabe sicher sind. Nicht, dass du dich schlafen und weg bist. Warst du wirklich zu mir? Wenn ich dich am meisten brauchte? Richmond ist nicht sicher. Es ist kein Ort für eine Frau und eine Frau. Also, du hast mich einfach zu verlassen? Wo sind sie jetzt? Die Frau ist weg. Keine Ahnung von der Kindheit. Wir werden mit dem späteren. Du hast dein Bruder in Richmond gebrochen? Was? 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 Max, what do you have to say? Don't be afraid of her, Max. We've got your back. But I can also... The real question is, how could I not? What would happen to us without your fertilizer, Clint? Or your pills, Paul? Do you think our community would survive? I did what I had to, to ensure that we would. It wasn't easy. So you survived, but at what cost do you even know, how much suffering you've caused? I've no doubt it's less than I prevented. All of you remember the winter, how much we lost. Friends. Lovers. Children. I made a promise, I would never let that happen again. The raids were just to keep us going, till Richmond reached Sustainability. We're so close. So close to our dream. Do we really want to risk it all by fighting amongst ourselves? We should all be on the same side of this game. Diebe werden rausgeschmissen. Surely you can see that. She's fucking delusional. Building a dream, her purpose of her. She's not better. You don't have to tell me, brother. We lost Mariana to those raids. How many others lost their kids too? I'm sorry, David. It breaks my heart about your child. It's... It's something I'm going to have to live with. Scheint ihr gut zu gelingen. Irgendwie. Take them. What the hell? Put them in a cell, until I can figure out what to do with them. Don't you fucking touch me. That's an order. They don't take orders from you anymore, David. You're done here. You put yourself before the group. I hope you choke on your fucking cake. It looked like shit, by the way. Paul, come on. I'm sorry. My hands are tied. This is not over, Joel. I have friends here. Allies. Gut. Das... Ja, gut. Der Junge wollte hierbleiben. Vielleicht gut, dass die entkommen ist. Hast du den Mundstein des Bruders respektiert? Ja. Ja. Natürlich. Warum soll man das auch nicht tun? Wenn es die letzte ist, wen soll es denn retten? Wie ist Badger gestanden? Der Spieler schlug Badgers Schädel ein. Der Spieler titelte Badger schnell. Der Spieler liest zu, dass Badger sich verwandelt. Der Spieler liest... Ach, das geht auch, wenn du wahrscheinlich nichts machst, ne? Ja. Der Spieler macht den Max mit sich oder du tötest ihn halt. Aber vielleicht ist das nicht verkehrt. Gut, es hat anscheinend nichts gebracht, ihn mitzunehmen, weil es den anderen egal ist. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was da rumkommt. Dann hast du dich letzten Endes geschlagen. Ja, gut. Wir wollten zwar mit Kate gehen, aber wir sind ja irgendwie nicht mit dir gegangen. Blöd gelaufen. Aber wie das alles weitergeht, sehen wir in Episode 4. Das war Episode 3. Mal gucken, wie es weitergeht. Denke ich. Weil ein paar Leute sind ja irgendwie noch da, ne? Wobei, nehmen wir mal die beiden sind weg. Eleanor und... Trip. Clementine, keine Ahnung. Werden wir wohl noch erfahren. Nächste Episode.